hallo und herzlich willkommen ich bin ap next und ich begrüße euch zu call of duty modern warfare remastered charlie surf nicht heißt die mission jetzt und ich finde optisch ist das eine der geilsten auftakte finde ich diese ganze helikopter inseln vorbeifliegen jetzt in den stadtbereich ist einfach geil und ich muss wirklich sagen schon echt geil was hier grafisch raus gemacht haben das sieht einfach gut aus habe richtung deinem ziel 5 sekunden bereit machen zum start abseilen los los erst mal ein abseilen die lokale stellungen errichten los da ist das zielgebäude tür auf der linken seite aufbrechen formieren ich finde das jetzt dass ich nie die türen aufmachen kann auf da ladung zünden gehen rein gehen rein sicher was seid ihr denn für freaks jackson geh vor ach super danke wo bleiben denn meine jungs ist jackson wirf eine blende halte hk 47 plus grenadier Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ey, hier liegt ne Sniper. Leck, wie fett. Okay, alles safe. Wir müssen alle Personen überprüfen und so Al-Assad identifizieren. Hier ist er nicht, Sir. Kein Zeichen von Al-Assad hier, Sir. Ja, weiter, weiter, weiter. Oh geil, ich hab ne Pumpe. Pumpe will ich. Pumpe ist geil. Er schießt den nochmal, Mensch. Der killt unsere Leute. Bitte. Feind auf offener Fläche. Wurde verflucht. Oh, Granate. Boah, Alter. Boah, ey. Hier geht's rund, ey. Fuck. Nein. Fuck, ey. Fuck. Paketenwerfer, bei diesen Passern, einer wenig. Feindliche Infanterie! Drüben bei dem Bulldozer! Feueröffner, Marines! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Feindkontakt! Naher dem roten Auto! Feuer eröffnen! Vorsicht! Kameraden auf 6 Uhr! Ganz schön blutig hier, wa? Ziele auf freier Fläche! Süd-erstlich von uns! Er schießt ihn ab! Der ist erledigt! Der feind auf offener Fläche! Kommt da noch was? Habe ich! Noch einmal kurz nachladen! Ziele auf offener Fläche! Hab ihn erwischt! Alter! Krieg er gar nicht! Hab ich! Nein! Guck mal! Schleif! Ja, ich schaufe! Wir sind hier! Der wird in den Fläche! Die Fläche! Wien wir! Wien wir! Wien wir! Wien wir! Wien wir! Wien wir! Wir werden! Kommen meine Leute mit, oder was? Wow! Heilige Scheiße! Granate! Los weg da! Da kommt Verstärkung! Oh, da ist ein Laptop. Unsere Verstärkung, oder was? Oh Gott! Woah, woah, woah! Feinde erledigt! Vollkontakt! Erster Stock! Einer weniger! Feinde! Oben im ersten Stock! Los doch! Wir müssen sie ausschalten! Kommen, kommen! Streck die Rübe hoch! Halt! Falsch! Falsch! Da rüben bei der kaputten Mauer! Na, bei mir bleib! Zielgebäude in Sicht! Mann am Boden! Oh war das einer von uns? Oh sorry Cornelius. Gut, in Position zum Stürmen gehen. Ah hier gehen wir rein. Okay, okay. Dann mach das Moppet mal auf. Und los. Gehen rein, gehen rein. Los, los. Mir nach. Feindliche Versammlung. Er hat geschoss. Okay, er ist safe. Feinde! Erdgeschoss! Oh shit. Jetzt wurden wir geblendet. Oh man. Mach nochmal Kuckuck. 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 Peace out. Woah. Alter, ihr seid doch wohl krank. Alter, ihr seid doch wohl krank. Feindliche Infanterin! Wie läuft im ersten Start! Alter! Oh fuck. Boah, ey, wie viele Granaten haben die denn verfluchte Scheiße, ey. Ist ja unnormal wie viele Granaten die haben, ja nice, jetzt haben die auch noch einen Raketenwerfer. Boah, fuck, ey. Schön, jetzt erstmal die AK-47 herzufangen hier. Der war jetzt hart an der Grenze. So, ein dreckiges Stück Scheiße, ey. Äh. Ah, da ist meine. Ja. Ich hab gedacht, ich hätte sie verloren. Boah, ich schrinte jetzt einfach hier rüber. Läuft. Ja. Alle tot jetzt? Okay. Nehmen wir den Aufzug. So wie ich euch kenne wahrscheinlich wieder nicht. Ab hoch. Boah, der kann nicht schaden. Boah. 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 hier können wir richtig gut unterstützen, ey. Boah. Bist du denn? Wer kommt denn da noch? Na komm. Hab dich. Muss ich irgendwie nach unten, ey, oder? Boah, voll daneben, ey. Ach komm. Da müssen wir rein, ne? Boah, ey. Ey, warum zieht sich die Mission denn jetzt so? Ey, du hast mich eingeklemmt, Kollege. Das ist schlecht. Ja, eins zu null für die militärische Aufklärung. Griggs, mach den Schritt aus. Verstanden. Ich habe eh was Besseres. Kommando, hier Red Dog. Kein Zeichen von Al-Assad. Das war eine Aufzeichnung. Over. Ja. Hurra. Bestanden, Kommando. Over. Marines, sammeln. Wir haben einen neuen Auftrag. Ausrüstung packen und bereit machen zum Abzug. Los geht's. Okidoki, aber das war's für diese Folge und ich sag, wir sehen uns in der nächsten Folge und wenn's euch gefallen hat, das ist ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht und ich sag, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.